Ja hallo, heute möchte ich mal zeigen, wie man an einem Mazda 3 die Wasserpumpe wechselt. Zu Beginn muss man darauf achten, dass der Motor komplett abgekühlt ist, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Ich fange damit an zuerst das Kühlmittel abzulassen und beim Kühlmittel muss man darauf achten, dass es hier toxisch ist. Das heißt man sollte damit besser nicht selber in Kontakt kommen und man sollte es auch nicht hier in die Umwelt gelangen lassen. Also am besten sollte man es hier fachgerecht entsorgen oder falls möglich sogar nochmal wiederverwenden. So, die Ablassschraube befindet sich am Kühlergrill hier unten links. Hier diese schwarze Plastikschraube, die löst man hier mit einem Schraubendreher. Die Schraube lässt sich hier nicht einfach so komplett herausdrehen. Irgendwann dreht die einfach im Kreis. Um die Schraube ganz heraus zu bekommen, nimmt man am besten nochmal eine Zange zur Hand und zieht damit dann die Schraube heraus. Hier beim Video ist übrigens hier schon das Kühlmittel komplett abgelassen, da ich das hier besser zeigen kann. Normalerweise kommt nach dem Herausdrehen der Schraube schon einiges von dem Kühlmittel heraus geflossen. Und so sieht das ganze aus, wenn man hier die Flüssigkeit ablässt und um das ganze zu beschleunigen, kann man hier auch am Reservoir oben den Deckel abnehmen. Dann geht das ganze noch ein ganzes Stück schneller. Und falls es jemand interessiert hier, das ist jetzt hier die Ablassschraube am Kühler. Nun gucke ich mir erstmal hier unten die Rolle für die Wasserpumpe an. Da sind jetzt drei Bolzen, die diese Rolle hier an der Wasserpumpe befestigen. Und die löse ich jetzt erstmal hier mit dem Schraubenschlüssel. Das mache ich hier, solange der Keilriemen noch gespannt ist. Denn der hält quasi die Rolle hier erstmal fest. Und hier unten sieht man dann nochmal die drei Schrauben. Und um ein wenig besser hier an die Wasserpumpe heranzukommen, entferne ich hier im Radkasten rechts erstmal hier diese Plastikabdeckung. Und dann ist hier die Wasserpumpe ist hier ungefähr hier oben rechts, wo ich hier mit dem Pfeil hinzeige. So und nun geht es damit weiter, dass wir hier den Spanner vom Keilriemen abnehmen müssen. Dazu lösen wir hier erstmal den Keilriemen selber. Wir entspannen es hier mit einem 14 mm Schlüssel. Und ich benutze dann hier den Schraubendreher, um den Keilriemen hier oben zu halten, so dass er dann nicht ganz nach unten im Motor rutscht und ich dann später den noch irgendwo wieder hochziehen muss. Das macht das Ganze dann etwas einfacher. So, dann kann man hier auch den Spanner jetzt an sich lösen. Da nehme ich hier einen 12 mm Schlüssel. Und der Spanner ist hier mit drei Schrauben gesichert. Hier ist eine oben und dann unten sind nochmal zwei weitere. So sieht das gesamte Hei aus. So, nun haben wir hier Zugriff zu der Rolle. Die haben wir ja, die Bolzen haben wir ja vorher schon mal gelöst. Und die schrauben wir jetzt hier komplett raus. Und dann können wir auch hier die Rolle abnehmen. Es ist ein bisschen friemelig, da ja ein bisschen wenig Platz ist. Aber mit etwas hin und her bewegen, bekommt man das Ding dann raus. Und dann geht es jetzt damit weiter, dass wir die Wasserpumpe lösen müssen. Die ist erstmal hier mit drei Bolzen nochmal befestigt. Hier oben sind zwei, an die wir ganz gut herankommen. Und dann ganz von unten müssen wir dann nochmal arbeiten. Da ist dann nochmal ein dritter Bolzen. Und um die Wasserpumpe jetzt hier rauszunehmen, muss man hier ziemlich dran zerren. Das ist eine ziemlich schwere Arbeit. Muss das am besten hin und her bewegen. Ein bisschen Kreis drehen und dann kommt die schon nach einiger Zeit los. Dann am besten unten nochmal hier einen Behälter für die Kühlflüssigkeit bereitstellen. Denn da kommt nochmal einiges hier aus dem Gehäuse rausgeflossen. Ja, hier die Wasserpumpe rauszunehmen sollte man wirklich von der Zeit her nicht unterschätzen. Also da habe ich bestimmt schon 20 Minuten an der dran rumgezergelt. Und jetzt können wir hier aber einen kleinen Blick werfen in das Gehäuse. Da hinten sehen wir dann den Thermostaten. Den habe ich auch erst ausgetauscht. Und ansonsten werfe ich hier einen Blick auf die auf Verschmutzungen und hier auf den Rand vor allem Dingen. Denn falls da noch Reste hier von der alten Dichtung sind, dann muss ich die vorher alles hier komplett entfernen. Denn ansonsten würde es später Probleme mit der neuen Dichtung hervorrufen. Und deswegen nehme ich hier mal so einen Plastikspachtel und mit dem kratze ich dann hier den Bereich komplett sauber. Und dann nehme ich dann hier dieses Silikon. Das ist so eine Dichtmasse. Die trage ich jetzt hier erstmal auf die Wasserpumpe auf. Dann mache ich hier einen relativ dünnen Film nur. Aber ich sehe zu, dass ich den hier komplett überall verteile. Dann auch den O-Ring setze ich dann hier auf und verteile dann hier noch mehr von dem Silikon in der Dichtmasse. Und sobald ich damit hier fertig bin, setze ich die neue Wasserpumpe hier in das Gehäuse ein. Das geht hier dank des Silikons relativ leicht. Das kann man sehr weit hier von Hand hinein schieben. Und anschließend nehme ich dann hier die drei Bolzen wieder. Und mit denen, mit deren Hilfe ziehe ich dann hier die Wasserpumpe komplett an das Gehäuse dran. Da muss man aufpassen, dass man hier nicht zu fest die Bolzen anzieht. Denn die sollen nur mit 11 Newtonmetern angezogen werden. Das ist ja nicht sehr viel. Also dabei bitte vorsichtig sein, dass man hier nicht überdreht. Und dann, wenn das fest ist, kann man hier auch die Rolle wieder anbauen. Die Bolzen dafür werden dann hier mit 22 Newtonmetern angezogen. Dann machen wir hier schon wieder den Spanner fest. Den ziehen wir hier an mit 25 Newtonmetern. Und darauf kann man dann gleich hier den Keilriemen wieder auflegen. Dabei muss man dann darauf achten, dass der Keilriemen hier überall korrekt sitzt. Und nachdem ich dann hier auch wieder unten im Kühler den Stopfen wieder reingesetzt habe, dann geht es damit weiter, dass wir hier das Kühlmittel wieder einfüllen. Ich benutze hier ein Konzentrat. Das heißt, ich muss hier das noch mit destilliertem Wasser verdünnen. Und das mache ich hier am Anfang so, dass ich hier erstmal einen Becher von dem Konzentrat einfülle. Und dann einen Becher destilliertes Wasser. Das mache ich so lange, bis der Tank hier so gut wie voll ist. Und erst am Schluss fülle ich dann hier, mache ich hier die Mischung in dem Becher mit dem Konzentrat und destilliertes Wasser. Und fülle das dann hier in das Reservoir ein, bis ich hier die Maximummarkierung erreicht habe. Und dann mache ich hier den Deckel wieder drauf und dann geht es damit weiter, dass man hier den Motor startet und ihn für eine Weile lang laufen lässt und auch mal hier für eine Zeit lang die Drehzahl erhöht. Da geht es dann darum, jetzt hier die Luft aus dem System zu verdrängen. Und dabei sollte man auch immer wieder ein Auge hier auf das Reservoir werfen. Nicht, dass da der Kühlmittelstand zu niedrig wird. Und gegebenenfalls muss man dann hier halt nochmal nachfüllen. Und jetzt ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt hier, um das System nochmal auf Dichtigkeit zu prüfen. Vor allem hier um den Thermostaten herum. Und falls alles okay ist, dann ist das Ganze fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video war hilfreich und vergesst nicht meine anderen Mazda 3 Reparaturvideos anzusehen.